Was zeigt dir das andere Gefühl? Ich bin extrem stolz. Das ist der Traum. Erster Wermigold gegen Kamerun. Nach so einer langen Zeit, nach vielen Gereden, in der Auslösung bin ich einfach nur extrem stolz. Für mich und für meine Familie. Dass das Tag so gegangen ist. Kompliment der Mannschaft. Sehr, sehr reife Leistungen gezeigt. Im ersten Halbzeit haben wir selber gestartet. Die ersten 30 Minuten haben das Spiel kontrolliert. Dann haben wir natürlich noch zwei kleine, einfachen Fehler gemacht. Kompliment, wie wir in der Zeit rausgekommen sind. Die Sachen, die wir besprochen haben im Box, haben wir sofort ausgesetzt. Wieso sind wir gescheitert. Wir sind in der Grünwürtser Mannschaft. Alles Gute für Kamerun und wir machen jetzt weiter. Das ist schon mal ein wichtiger Moment gekommen. Die Kamerun hat dann in ihr angefangen, nach der halben Stunde, die Sie erwähnen, auch besser die Partie zu kommen und das Mittelfeld ein bisschen zu kontrollieren. Ja, wir haben sie sich wieder eingeladen. Ich finde, wir haben es wirklich sehr gut angefangen. Dann haben wir die zweite Sache Schlag gemacht. Zwei, drei Mal haben wir den Superball auch in Sachzeigen gekauft, als ich und andere gefeilt haben. Und dann ist es klar, sie haben Qualität und es haben sich auch gezeigt. Aber wie gesagt, wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt. das ist das Spiel unterhaltend. Und dann ja, wir haben das Spiel geliebt. Wir haben jetzt ein paar Minuten, noch eine wege, Wir haben das, wir haben das Spiel zu verhindern. Wir haben die Weltzeit gelehrt.